Jo Leute, willkommen zu einem neuen kurzen Video auf meinem Kanal und heute geht es um eine neue Aufgabe aus den Trickshots Herausforderungen und diese Aufgabe heißt hier, tanze beim Rohrmann, Heumann und Holzzelt. Ich zeige euch auf jeden Fall in diesem Video, wo alle drei Orte sind, wo ihr tanzen müsst und deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit, wir gehen direkt in eine Runde Solo. So, wir beginnen direkt an erster Stelle mit dem Rohrmann und davon müssen wir in Richtung Misty Meadows gehen und zwar gibt es hinter Misty Meadows hier so einen Berg und dort sehen wir auch schon so einen Rohrmann, der sitzt da und auf jeden Fall ist das damit gemeint und deswegen würde ich sagen, landen wir ganz kurz einfach mal hier zwischen und dann tanzen wir einfach mal ganz schnell, irgendeinen Tanz ist egal und das Ganze zählt schon. Machen wir auch schon direkt weiter mit dem Heumann, dafür müssen wir nach Frenzy Farm gehen, denn dort gibt es so einen riesigen Heumann und dieser ist ganz am Rand von Frenzy Farm, hier sehen wir ihn, hier steht er, der hält auch so die Hand hoch. Auf jeden Fall müssen wir ganz kurz hier vorne landen und wieder irgendeinen Tanz machen und dann zählt das Ganze auch schon. Auf der Karte wäre das Ganze, wie gesagt, hier bei Frenzy. An letzter Stelle geht es jetzt hier zum Holzzelt und dafür müssen wir Richtung Sweaty Sands fliegen. Hier zwischen gibt es dann da vorne das Holzzelt und von hier aus sehen wir auch schon hier so einen Kreis aus Holz und in der Mitte gibt es so ein kleines Zelt. Auf jeden Fall ist das damit gemeint. Einmal müssen wir ganz kurz hier landen und wieder irgendeinen Tanz machen und das Ganze zählt. Das wäre der dritte Ort, ich zeige nochmal alle drei Orte auf der Karte und zwar einmal hier das Holzzelt, dann gibt es hier unten bei Misty Meadows einmal hier unten diesen Rohrmann und da hatten wir gerade hier oben da bei Frenzy Farm hatten wir dann den Heumann. Das sind alle drei Orte, das war es mit dem ganz kurzen Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.